Gut, dann Koop. Ja, es gibt den Koop-Modus noch, aber nee, nee, mein Internet ist da zu behindert für und ich hab da keinen Bock drauf. Nee, könnte ich extra noch irgendwas? Was gäbe es denn? Wir schauen uns das mal an. Cave Johnson hier. Every time I look at our test chamber production line, I am reminded of my father. Now, he wasn't a scientist, just a simple farmer, a professor of farming at the local farm college. Never farmed a day in his life, but his theories on farming are the backbone of this company. Do it from scratch, spare no expense, and never cut corners. Well, that's a corner cutting machine. We obviously cut them there. Point is, we've always done things the way my father did. And his father before him, and his father before him, and his father before him. And we are almost bankrupt. So, time for a cheaper approach. Allow me to introduce the multiverse. Infinite Earth with an infinite number of apertures. And as of now, they are going to take over all test chamber construction. And more importantly, all paying for test chamber construction. Why are they agreeing to do that? They're not. We're tricking them. Here's how it works. One, design a test. Two, slip the mole monsters, or what have you, the blueprint when they're not looking. Three, once they build it, steal it back. Look at that sad little octopus. Hehe. That's where you come in. We need Blueprints. We are about to run the greatest con game in the history of the multiverse, and you are the bottleneck. Yes, you. Get back to work. Okay, that's where you come in. Meet the bots. You, you, you don't know anything. You'll be perfect. Test chamber completed. Continue testing. Continue testing. Continue testing. The two of you have forged an excellent partnership. Now it's time for your real purpose. Okay, it was a nice little show. Auf den... Obwohl, komm, wir schauen uns alles an. Wir schauen alles an. Und nennen das Bonuspart. Ich bin ja, bin ja selber gespannt, was es hier noch gibt. Ich bin ja, bin ja selber gespannt, was es hier noch nicht. Ich bin ja, bin ja, bin ja, bin ja. Ich bin ja, bin ja, bin ja. Ich bin ja, bin ja, bin ja, bin ja. Ich bin ja, bin ja, bin ja. I think we can put our differences behind us for science. You monster. Schön nett wie immer noch Richtig einen reingehauen, so Bot Trust Ah, das war anscheinend ein offizieller Trailer, weil im Spiel macht ja wenig Sinn eine Kaufempfehlung für Portal 2 Schauen wir weiter Kave Johnson hier Das ist eine Testschämmer vier Stücke, Schmuck und Flügel gut genug für Wissenschaft nicht Aperture-Science Herrmann, ich gebe Ihnen panel die Planker von morgen fully konfigurabel infinitely variabel safe Aperture-Brand-Panel wird die Testschämmeren jeden Schritt der Weg das ist nicht ein Panel das ist ein Krusher wir verkaufen sie auch macht bisher richtig also ich finde es ziemlich witzig gerade Kave Johnson hier noch drei, dann haben wir das hinter uns Stiefel Hallo Investors Think of it as a foot-based schön schön, jetzt wurden auch mal die Stiefel erklärt Portal 2 Comic, was? Shift und Tab danke Super 8 interaktiver Trailer ok ok was 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 zur Hölle ich habe keine Ahnung was jetzt kommt ich bin gespannt ähm was wo bin ich ähm ähm was zur Hölle bla bla ich glaube das ist ein Spiel Trailer ich weiß nicht ob ich das wollte wollte ich das ähm I'm not so sure anymore cool ich kann nichts machen ähm ähm ich glaube ich sollte diesen Trailer hier abbrechen irgendwie also ich bin ich bin irgendwas hab ich verloren also ich hab nicht verloren lecker geschlachteter Delfin nom 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 naja vielleicht nicht ganz vielleicht nicht ganz wo bin ich hier was ist das für ein Spiel ich hab noch nie von Super 8 gehört das ist das Problem also ich hab keine Ahnung worauf ich mir mich zur Hölle hier einlasse ähm ouch ich bin tot ja okay nee 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 nicht so warte mal das will ich gar nicht Korb nicht Community Test kann man mich auch keinen Bock drauf und was ist jetzt wirklich der auch ah der Trailer läuft im Hintergrund willst du mich verarschen eigentlich warte mal kann ich nein okay da stelle ich die Sound einfach aus in 3 2 1 so Sound ist aus Super 8 Trailer könnt ihr euch selber angucken ist ja übel zu kotzen schade Ende hätte ein bisschen besser sein können gut das war der Bonuspart du bist der Trailer die hat verabschiedet sich morgen geht's weiter mit einem anderen Projekt was auch immer das sein wird was soll ich noch groß sagen wir sehen uns nächstes Mal wieder und ich sage ciao